Abgesehen davon, ich kann nichts dafür, dass die ÖVP niemanden mehr in Brüssel hat im Parlament. Dass unsere Elisabeth Köstinger, die einen sehr guten Job erledigt hat, Ministerin wurde. Das sind fünf Abgeordnete. Aber im Agrarausschuss waren wie viele? Die Agenten hat inzwischen Obna Karas übernommen. Ja, dafür kann ich nichts. Ich habe 7,5 Hektar, also bin ich eine Kleine und dann wissen Sie auch, wofür ich stehen werde. Ich stehe für Regionalität und Saisonalität. Das lebe ich. Und das bleue ich auf allen ein. Ich scheue mich auch nicht, mit anderen Diskussionen aufzunehmen, auch wenn sie im gleichen Punkt sind. Manchmal müssen wir uns das Zuhören verschaffen. Ich habe Ihnen das nicht abgesprochen. Nein, und manchmal brauchen Dinge einfach Zeit, um andere zu überzeugen.